Wir haben zwei Schläge mit jeder Hand. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, acht, fünf, 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 fünf. Weiter geht's. Einfach anbinden, vorne aus, vorne gehen. Wir machen jetzt einmal kurzen offenen Händen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist die Bewegung, mit der wir arbeiten. Aufstellung. Ich muss jetzt eine Sache etwas abändern. Beginnt mit ihm. Du machst jetzt eine linke Gerade und wir gehen wieder hin. Um. Okay? Meinem Willen ist folgend. Kommen wir mal an. Nehmen von innen an. Leiten nach unten weiter. Und zeigen dir direkt einen Kommentar. Auf eigener Sein oder Daumen auf unten. So. Jetzt schlägt rechts. Nehmen mit rechts von innen an. Leiten nach unten weiter. Und komm mit links. So. Schlägt wieder links. Schlägt wieder rechts. Links. Rechts. Wir gehen jetzt vom Angreifer aus. Das heißt, eigentlich machen wir diese eins, zwei Kombinationen. Links. Rechts. So. Noch mal links. Rechts. So. Das könnte jetzt ähnlich weiterlaufen wie in Cinnabali, aber kein Angreifer reicht irgendwie nicht. So. 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 Und ein bisschen weiter ist mein Weg frei, um den Kopf anzugreifen. Dann kommt der zweite Angriff. Ich bin schon vorne. Kann ich es direkt annehmen? Innen. Eins. Ein bisschen weiterlaufen. Zwei. 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 Zwei.